Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Raft. Ja, da dieses Spiel derzeit irgendwie in aller Munde ist, hab ich mir gedacht, komm, ziehst es dir auch mal rein. So, wie soll ich es beschreiben, was ist Raft? Man ist hier quasi, man startet auf einem kleinen Floß, hier ein so ein Teil, oder ich glaube vier Teile sind das, und muss die ganze Zeit irgendwie Treibgut aufsammeln. Ja, und als Krönung schwimmt hier, man sieht es hier schon, der Hai die ganze Zeit drumherum, ab und zu knabbert er dann wohl mal an unserem Bötchen und versucht letztendlich, uns zu killen. Ja, man kann den auch vertreiben, töten, ich hab keine Ahnung, so richtig sehe ich da noch nicht durch, ich hab mich da noch nicht so mit befasst, das heißt, das möchte ich jetzt gerne mit euch machen. Ja, das ist hier eine Art, ich würde sagen, Kickstarter-Game, man kann es kostenlos runterladen, mit der Bitte, was zu spenden. Also ihr könnt den eigenen Preis festlegen, sag ich jetzt mal, das steht da auch so. Und man kann den Jungs ruhig mal ein bisschen was per Paypal zukommen lassen. Kann man machen. Ansonsten kann man es sich auch kostenlos ziehen. Aber ich finde, hm, okay. Alle Links dazu sind in der Beschreibung. So mehr weiß ich hier auch gar nicht, das ist maximale Grafik, was wir hier spielen können. Ist eine Early Access, ist klar. Und ich würde auch sagen, wir starten direkt los. Sound-Einstellungen kann ich hier leider auch nicht machen, das Spiel ist recht leise. Man kann nichts einstellen. Also man kann nur die Grafik auf Fantastic stellen und das war's. Ja, gut. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Create. Jetzt kann ich hier ein Game machen. Okay, das nennen wir einfach mal. Martin. Ja, passt. Create. Gut. Wie gesagt, das sind alles so 10, die ich schon mal irgendwo gesehen habe. Aber selber habe ich es halt noch nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung. Ich fange komplett mit euch blind an, das Ganze hier. Und ich denke mal, das ist unser, da ist der High auf jeden Fall. Vier Plattformen haben wir. Okay, das heißt, er kann viermal attackieren, so wie ich das verstanden habe. Und wir müssen hier die ganze Zeit unser Ding ausbauen. Und man kann hier wahnsinnig geile Sachen bauen. Also ich habe schon einiges gesehen, was die Leute gebaut haben. So, und jetzt irgendwie kann ich dieses Treibgut hier holen. Ich gucke mal. Okay, das war nichts. Gut, man muss natürlich erstmal ein bisschen klarkommen hier mit dieser ganzen... Komm ich... Hey... Da... Okay, das hat geklappt. Hat er es direkt dran? Ist direkt drin. Sound ist wirklich ein bisschen leise, aber ich kann hier nichts regeln, Leute. Das ist natürlich... Okay, was ist das? Uh! Ich muss erstmal klarkommen hier. Oh, 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 oh. Ich weiß auch nicht, wann dieser High hier angreift. So, okay. Tab ist das Menü zum Craften. Oh man, ich glaube, wir werden so oft draufgehen in der ersten Zeit. Was mache ich denn jetzt am dümmsten? Was baue ich hier überhaupt? Da ist Wasser, Gesundheit, Nahrung. Okay, wie kann ich jetzt... Kann ich hier überhaupt irgendwas angeln? Boah, ich bin so hilflos gerade. Ich bin so hilflos... Soll ich erstmal einfach nur Sachen einsammeln? Aber ich muss ja schon irgendwas... Was passiert eigentlich, wenn wir ins Wasser fallen? Hm. Kommt der Ei denn gleich, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich auch noch gar nicht wehren gegen den. Da kommt er schon, oder? Ich glaube, diese Fässer sind ganz wichtig für uns. Okay. So war dat nix. Zack. Ah. Was war das? Scrap. Okay, Metall ist immer gut. Es ist gar nicht so einfach, Leute, hier mit diesem... So. Da scheint immer ein bisschen gutes Zeug drin zu sein. Wir können ja auch Palmen anbauen und hier so richtige Komplettverpflegung. Aber ich sollte irgendwas machen. Vielleicht eine Waffe oder sowas. Hier so ein Speer vielleicht. Was brauchen wir? Was ist das? Okay, da fehlt uns echt noch eine ganze Menge. Das heißt erstmal sammeln und looten hier das Ganze. Ist natürlich auch immer ein bisschen Glücksspiel, würde ich sagen. Ah, Mist. Man müsste die schneller reinziehen können. Ich bin immer so ungeduldig bei sowas. Guck mal, das geht ganz gut hier. Die scheinen echt ganz gut zu sein, diese Fässer hier. Aber wo kriegen wir Nahrung her? Ach guck mal, das kann ich auch so aufsagen. Wo kriegen wir Nahrung her? Können wir irgendwie angeln oder sowas? Ist natürlich Open World hier das Ganze, ne? Schön. Open Ocean. Wunderbar. So, den kann ich immer noch nicht bauen hier, ne? Da fehlt noch. Das fehlt aber. Ich weiß nicht, was das sein soll. Hier, guck mal. Eine Angel. Seil ist das. Das ist Seil. Wo kriegen wir denn Seil her? Oh Gott, ich bin doch so absolut mega hilflos hier. Wo kriegen wir denn Seile her? Also man muss tatsächlich Glück haben, dass hier so ein Seil vorbeikommt, oder? Vorher kannst du ja hier gar nichts machen. Und ich glaube, wenn wir ins Wasser fallen, werden wir auch direkt vom Hai verlascht. Das kann natürlich sein. Schön. Zack. So muss das sein. Grafik ist okay. Es ist so ein bisschen, ähm, auf jeden Fall Comic-Style, aber ich find's okay. Also für diesen Zweck hier reicht es auf jeden Fall. Ist natürlich super performant. Ich hab hier mit Aufnahme über 200 FPS. Das ist gut. Hier steht ja auch noch nicht viel. Muss ja auch noch nicht viel berechnet werden. Mal gucken, wie das Ganze aussieht, wenn man denn hier schon eine riesige Base hat. Ich weiß auch gar nicht, wie hoch man bauen kann und was jetzt... Oh, oh, shit, er kommt. Kann ich den jetzt irgendwie... Verrück! Hau ab! So. Der frisst mir jetzt hier... Kann ich... Okay. Ich kann ihn nicht abwehren. Ich glaube, ich muss Waffen bauen. Aber auch die kann ich nicht... Kann ich jetzt hier einfach eine Planke bauen? Wo kann ich denn so einen Holzboden bauen? Kann ich gar nicht machen, oder? Damit ich das hier... Mich da noch was ransetzen kann. Ich... Vielleicht muss ich ein... Ach, building. Mal gucken. So, da haben wir jetzt so schon einen. Und jetzt kann ich... Wenn ich den auswähle... Wie kann ich den auswählen? Scheiße. Hab ich den jetzt in der Hand? Moment. Ich... Ich verdurste ja auch gleich. Wo krieg ich was, ey? Ich weiß nicht, ob ich machen soll. Just. Ja. Vielleicht setze ich den auf... Ah, okay. Moment. Ja, ich möchte hier was ran. Ich kann... Ich krieg dieses... Menü hier nicht mehr weg. Ach, jetzt. Ah, alles klar. Aber mir fehlt Seil. Ich huste schon. Ich bin nicht eine Dame eigentlich? Mir fehlt Seil. Wie kann ich denn Seil herstellen? Das muss doch irgendwie gehen. Was ist das hier? Item Netz. Okay, damit kann ich Sachen dann... Automatisch... Ja, mir fehlt die ganze Zeit das hier. Das ist Seil. Ich verrecke gleich. Kann ich kein Seil craften oder sowas? Doch hier, guck mal. Okay, ich brauche Wasser, Wasser, Wasser. Wo ist das Ding? Wo war das? Ich muss es selber craften. Ich finde es bloß gerade nicht mehr. Da ist es. Und jetzt? Wo steht das Ding? Muss ich das irgendwie? Guck mal, jetzt kann ich das hier... Ah, jetzt kann ich das ein bisschen erweitern, das Ganze. Okay, da fehlt uns das restliche Zeug. Jetzt habe ich so ein Wasser-Ding. Wie kann ich das jetzt benutzen? Auf der vier liegt das. Ah. Okay. Den setzen wir uns lieber hier in die Mitte. Schön. Falls der Hai nochmal dran knabbert hier. Komm, komm, komm. Interessant. Aber wir verrecken gleich. Vielleicht ist hier schon Wasser... Komm, da ist schon Wasser drin, oder? Kann ich da dran süppeln? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Leute. Da, aufsammeln. Hör auf zu husten. Ich muss hier doch irgendwo dran trinken können schon. Ich glaube, so schnell sterbe ich nicht. Da geht erstmal die Energie runter und dann... Wir sind eine Frau, oder? So, auf jeden Fall. Ach, guck mal, hiermit kann ich auch switchen. Schön. Jetzt langsam komme ich... Sehe ich durch hier. Ist ja eigentlich ganz... Okay. Wir sind tot. Ich hätte schneller sein sollen. Main-Menü. Schön. Also, nochmal. Schade. Da müssen wir echt schneller sein. Aber kann passieren. Wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt, Leute. Verzeihung also. Wie kann man ja eigentlich speichern, das Ganze? So, jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier ein paar Sachen rankriegen. Und dann geht das ab hier. Dann wissen wir ja, dass wir die Seile selbst herstellen müssen. Schön. Gut. Gut zu wissen. Und dann bauen wir uns als erstes gleich das Wasser-Ding. Weil ich glaube, das ist mit das Wichtigste, was man hier haben muss. Aber irgendwie kommt hier kein Loot. Doch da hinten. Das ist irgendwie so, wie dieser komische Film hier. Wie hieß der? Life of Pi? Schiffbruch mit Tiger? Ich glaube. Das hier ist bloß Schiffbruch mit Tiger. Hi. Ah. Okay. Guck mal, das kann ich doch so einsammeln hier. Das holen wir uns auch. Ah, da war ich zu gierig. Kriegen wir aber noch. Wunderbar. Schiffbruch mit Tiger. Das hier ist wichtig, das Zeug. Aber ich vergesse immer ganz ranzuziehen, das Zeug hier. So, es geht ums nackte Überleben hier. Und wunderbar, da kommen wir direkt drauf zu. Wir können das Boot auch nicht irgendwie steuern oder so. Das ist alles hier irgendwie voll automatisiert. Sammelt das doch ein. Ich will meine Planke haben. Ich weiß auch nicht, der Hai kommt glaube ich alle paar Minuten irgendwie. Müsste man auch mal wissen, in welchen Abständen der kommt. Das wäre interessant. So, habe ich jetzt schon ein paar Seile? Das war hier drin, ne? Wie viele kann ich jetzt schon machen? So. Kann ich jetzt schon ein Wasserteil bauen? Ja. Oder? Ich habe doch eben gerade einen gebaut. Auf der 3 liegt er. Das ist schön, dass man den platzieren kann, wo man möchte. Das ist gut. Aber ich sollte trotzdem einmal noch was drumrum bauen. Das wäre nämlich wichtig. Falls der Hai jetzt nämlich kommt und was abfrisst. Ich weiß nicht, wie das hält. Ob das Teil dann abfällt. Weil das ziemlich in der Mitte hängt. Ist glaube ich nicht so günstig. So einen Building Hammer brauchen wir auch. Kann ich den schon craften? Ne, da fehlt... Ach, verdammt. Da fehlt uns Scrap Metal oder sowas. Da vorne haben wir es doch. Na, das hat sich doch mal gelohnt. Schön. Jetzt habe ich den Hammer. So. Machen wir das einmal so. Okay, reicht nicht. Aber man hat hier gute Möglichkeiten. Ich finde es bis jetzt ganz lustig irgendwie. Seile brauchen wir auch schon wieder. So. Man kann das aber schön mit Mausrad die ganze Zeit hier umher schwingen. Das ist auch gut. Aber man muss echt mit dieser Steuerung erstmal klarkommen. Ach, komm schon. Es geht nämlich ganz schön schnell runter hier, der ganze Spaß. Komm. So, ich weiß auch noch gar nicht, ob ich hier so ein komplettes Let's Play draußen mache. Das entscheidet ihr. Wenn ihr Bock drauf habt, mache ich das. Wenn ihr sagt, ne, das ist uns zu langweilig. Dann lasse ich das. Also schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ich das hier weitermachen soll. Oder ob ich es sein lassen soll. Komm, das sammeln wir auch noch drauf. Also ich finde es bis jetzt ganz lustig. Es scheint auf jeden Fall auch sehr schwierig zu sein hier, das Ganze. Baue ich jetzt eine Angel? Ne, ich brauche erstmal Seile. Seile brauchen wir wirklich viele, oder? So, baue ich mir jetzt schon einmal eine Angel. Guck mal, Kartoffel haben wir hier auch noch. Ach so, die können wir braten dann, die Kartoffel. Alles klar. Aber ich brauche diesen Hammer. So. Komm, komm, komm. Zack. Vielleicht kriege ich die ja alle mit mal rein hier. Nein, leider nicht. Den Rest hat er nicht mit reingezogen. Planken brauchen wir wirklich. Das brauchen wir genug von. Zack. Wunderbar. Schade, dass der Sound so leise ist. Aber Audioeinstellungen kann man bei dem Spiel überhaupt gar nicht machen. Ja gut, besser. Nein, da ist er schon. Da frisst er mir schon glatt was ab hier. Komm, zieh rein, zieh rein, zieh rein. Das brauchen wir. Zwei Planken. Wunderbar. So, Hammer in die Hand. Da fehlen uns auch schon wieder die Seile. Sie ist zum Mäuse melken hier. Die waren da, muss ich mir merken. Fehlt uns. Verdammt, können wir schon was trinken eigentlich? So. Wie können wir jetzt hier was trinken? Ich verdurste an diesem Teil. Und auch da wird es wieder irgendeinen Trick geben. Aber ich kann hier nichts von trinken. Müssen wir noch eine Tasse bauen? Irgendwie, was ist das? Habe ich sowas jetzt? Oh. Oh nein, wir müssen erst. Schön. Das ist doch komplexer, als ich gedacht habe. Schön, dann werden wir schon wieder verhungert. Äh, verdurstet. So, das ist quasi hier so eine kleine Destille. Und hier füllt sich dann das Wasser rein. Hoffentlich schaffen wir das noch, bevor wir sterben. Aber wir sind dann schon mal einen Schritt weiter, Leute. Das tut mir leid. Wie gesagt, ich habe mich im Vorfeld da überhaupt nicht drum gekümmert. Aber so... Das hier hustet schon wieder. Äh, scheiße. Ich brauche dringend... Quatsch. Also man wird nervös irgendwann, ne? Man muss hier so viel mitmalen machen, bis man hier eine gesunde... Och, ich kann trinken. Kann ich jetzt trinken? Ach. Okay. Salzwasser? Kann ich noch mehr? Nein, ich kann immer noch einmal machen. Ah, alles klar. Super. Seile. Schnell, Seile. So, jetzt bauen wir uns noch eine Angel. Ah, yeah. Fehlen uns noch wieder... Mist. Ah. Okay, keine Warnung. Keine Panik. Keine Panik. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, das Spiel. Man kommt hier echt ins... Schwitzen. Vor allem so eine Distille. Wir brauchen mehr Distillen. Boah. Leute. Nicht einfach. Nicht einfach. Aber so lieben wir das. Guck mal hier. Aufsammeln, aufsammeln, aufsammeln. So, schön. Thatch. Jetzt können wir auf jeden Fall noch wieder ein paar mehr Seile machen. Weiß gar nicht, was ich alles zuerst machen soll hier. Angel. Craften. Hier, gleich mitnehmen. Mitnehmen. Oh, komm. Er fängt schon wieder an zu... Hau ab, hi. Wo ist denn jetzt mein... Da ist mein Becher. Den setze ich hier rauf. Okay. Das hält nicht lange an hier. Nein. Komm schon. Ich brauch dich. Ja. Sehr gut. Schön. Bonus hier. Aufsammeln, aufsammeln. Das Doofe ist halt immer, dass man diese Seile machen muss. So. Okay. Hammer in die Hand. Wo ist mein Hammer? Dann können wir uns das Ganze hier noch ein bisschen... Das war's schon wieder. Aufsammeln. Jetzt wollte ich eigentlich auch angeln gehen hier. Aber erstmal nehmen wir diese Dings mit. Und die kommen genau auf uns zu. Sehr gut. Wie kann ich jetzt einfach angeln? Ah, komm. Komm, Kiste. Komm. Ich versuch's mal. Wir haben ja gar keinen Köder dran, oder? Aber wie soll ich den Fisch kochen? Klasse. Aber erstmal muss ich mich ums Wasser kümmern hier. Ach, guck mal. Wir haben einen Fisch gefangen. So. Pack ich hier hin. Zack. Trinken. Das dauert hier alles so ewig. Was mach ich jetzt mit dem Fisch? Kann ich den auch kochen? Kann ich... Ich muss einen Grill bauen, oder sowas, ne? Ach. Guck mal hier. Hier. Da. Das sieht doch gut aus. Was ist das? Cooking Station. Fehlt uns Seil. Okay. Ich denke, das sollte passen, so. Wo ist die? Haben wir die jetzt hier irgendwo? Ach du mieses Stück Scheiße. Wo ist die Kochstation? Ich hab die doch gebaut. Da. Dann packen wir mal hier hin. Sechs. Auch so schön in die Mitte packen. Ich kann das ein bisschen rotieren lassen. Genau. Okay. Nicht toll, aber... Wunderbar. So. Jetzt kann ich den Fisch quasi nehmen und kochen. Hier kann ich schon wieder trinken. Zack. Man muss echt schnell sein. Man muss tierisch schnell sein. Das ist mir doch viel zu kompliziert. Oh, da kommt viel. Da kommt viel. Das nehmen wir noch schnell mit hier. Sehr gut. Bis der Fisch durch ist. Und dann passt das. Ich will hier einen gesunden Schutzwall um uns rumbauen. Zack. Damit wir so ein bisschen Spielraum haben. Gut, dass das alles auf uns direkt zukommt. Da vorne hat das Fass auch. Sehr schön. Das passt so. Wahnsinn, dieses Spiel. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Und ran damit. Wie gesagt, gibt es nachher irgendwie so ein Netz, glaube ich. So habe ich das hier verstanden. Womit man solche Sachen hier auch automatisch ziehen kann. Oder habe ich vorhin gelesen hier. So, der ist durch. Kann ich den jetzt... Habe ich den gegessen? Ich finde, das geht... Das geht alles zu schnell runter hier. Zack. Also, man kommt nicht hinterher mit dem ganzen Zeug. Okay, der Fisch. Wo ist der Fisch? Ich weiß nicht, ob ich den jetzt wirklich schon gegessen habe oder nicht. Ich wähle mal die Kartoffel ab. Aus. Die kann ich auch kochen. Ich habe keine Ahnung, ob ich den gegessen habe. Aber scheint ja irgendwie so. So, komm her. Zack, 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 zack. Gut, dann würde ich auch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch auf jeden Fall ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Martin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.